So, probieren wir das nochmal. War jetzt nicht allzu schwer. Hallo, na? Wie geht's ihm? Alles gut? Gut, schön, freut mich. Zack, zack, zack. Durch die Mädchenmengen durchgechappt. Was? Mhm, ja. Ja, ja, genau. Auch das. Der ist ja immer noch nicht weitergegangen. Ach, Mann. So, jetzt dreht er sich wieder um. Naja, ist ja kein Problem. Der ist ja locker zu. Oh, oh. Mann. Nee, oder? Na, super. Klappt doch noch. Das ist schön mit diesem Anlehnen. Ich glaube, das gab es im vorigen Teil nicht, nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Das macht, das macht auf jeden Fall Spaß, so. So, Leute verfolgen. Zack, zack, zack. Scheiß auf die Leiter. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen anders da. Aha, jetzt geht er auch ein ganzes Stückchen weiter. Man sieht, man sieht. Oh, oh. Zack, tot ist er. Den wollte er eigentlich erschießen. Das wird mich jetzt mal interessieren. Ach, der Lee. Boah, was ist eine Hinrichtung. Oh, oh. Das riecht nach Ärger. Der Zoo, der kommen und anlügeln. Oh, je. Da, zwei, drei. Oh, je. Überall stehen sie rum, die Penners. Also, ich habe doch das Gefühl, der ist noch ein bisschen unbeholfen, was so springen und so angeht. Was denn? Ich bin doch schon unterwegs. Oh, da ist hier noch einer. Zack. Oh. Oh, je. Uh. Hat's das gebracht? Hat's das gebracht? Jawohl. Haha, Idioten. Rennen sie weg. Rennen sie weg. Rennen sie weg. Ich bin doch jetzt erfolgreich geflüchtet. Oh, nein. Scheiße. Boah, Mann. Noch ein bisschen. Dauert noch 19 Sekunden, dann bin ich ermüdet. So, probieren wir es mal hier so. Tchuuu. Oh. Untertauchen. Untertauchen. Ach, nö. Das ist doch nicht richtig. Also, ich war doch jetzt schon anonym genug. So. Ich muss nur kurz abends. Sehr interessant. Hm. Ich verstehe jetzt nicht, warum das nicht gleich beim ersten Mal funktioniert hat, aber hey. Egal. Ist ja nicht schlimm. Was denn? Was denn? Ey, ich renne hier nur so ein bisschen durch die Gegend. Lass mich doch mal rennen. Oh, je. Zack, 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 zack. Uh. Hey. Ah, die Dock kennen wir doch. Den Dock kennen wir doch. Das ist doch hier der... Der... Der Start... Äh... Boston-Dock sozusagen. Da ist einer. Ach ja. Hey, guck mal, da oben fliegt irgendwo eine Seite rum. So eine... Oh ja, man hätte ja auch die Treppe nehmen können. Wo ist sie denn? Hey, ja. Hey, ja, was denn? Ich war doch dran. Ach komm, leck mich doch am Hintern. Ist ja jetzt sowieso schon weg. So, da kommt sie vorbei. Uh. Scheiße. Na, das war's gewesen. Ich denke so. Ach, kommt. Wo ist eigentlich ach da hinten? Wir müssen... Hey, ich mach hier die ganze Zeit irgendwelche Faxen. Wir müssen hier zum Questgeber. Zum Ach. Hillis. Ne. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier den hier. Und wechseln wir. Ach, ja. So. Nein, hab ich. Oh, Mann. Ey, das ist doch nicht richtig. Was wollen die dann von mir? Oh, oh. Oh, Mann. Lasst mich doch in Ruhe. Ich hab euch nichts getan. Ich hab euch nichts getan. Penner. Weg. Lasst mich in Ruhe. Ich hab dich in Ruhe. Jetzt zeige ich denen, was hier... ...an Elthiana alles drauf hat auf Zabela. Zack, 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 zack. Okay, so viel war's jetzt nicht. Wasser. Und da ist ein Tunnel. Ab in den Tunnel. Och, nö. Das sind Füchse sind das. Also die KI ist der Hammer. Kannst du nix sagen. Muss ich jetzt wieder da rausschwimmen, oder was? Ich mein, da ist ja die halbe Stadt hinter mir her. Was soll jetzt eigentlich weit genug weg sein? Hoffe ich hier noch ums Action rum. Boah, noch weiter. Ich schwimm da jetzt raus, gell? Also ich schwimm jetzt erstmal nach England zurück. So. Sollte reichen. Hoffe ich mal. Was im Glück hat er so ne Ausdauer beim Schwimmdecker. Der ist schon fit. Okay. Mann, 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 Mann. So. Das in der Kälte, weißt du, in der Kälte in dem Wasser sein. Das ist der Tod. Irgendeiner ist doch... Da vorne ist einer. Oh, schnell an den vorbei. Gehuscht. Da steht irgendwo rechts. Oh, links. Ach ja, tausend Leute hier. Super. Ja, ja, ich bin ja da. Ich bin ja da. Aber du bist nicht Achilles. Was ist denn los? Du bist Achilles-Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams. Steht zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Das erklärt einiges. Hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. Zehn Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Ehren führen. Verschwinden wäre eine Idee. Haare abschneiden. Fangen damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Alles klar. Weiß die Steckbriefe ab, dann reden wir. Sie sind jetzt inkognito. Aber wir verdächtigen einen Mann, Indian ist der Herkunft. Ich bin doch Spanier, ihr Penner. Also. Da, die werden ja alle bewacht. Das ist ja der Hammer. Man darf uns nicht zusammen sehen, solange... So. Also, Eintauchen ist mit E. Alles klar. Gut zu wissen. Äh, klettern. Zack. Hö, wer ist denn das? Who the fuck? Was ist das denn? Was wird ihm? Die machen es mir echt nicht leicht, Jungs. Oh je. Oh je. Oh oh. Also, ich glaube, das ist ein Boss oder sowas. Oh oh. Oh oh. Oh. Hätte ja alles so leicht werden können, sage ich mal, ne? Ich will doch nur da die Bekanntmachung haben. Ach komm, ey. Ich muss euch da jetzt nicht echt anstöten, oder? Ja gut, wahrscheinlich schon. Kann ich die jetzt abreißen? Jawohl. Ach, er lebt ja noch. Er lebt ja noch. Komm her, du. Herz, komm. Deiner komischen Heldschutz. Bam. Tschüss. Stirb. Stirb eines leidigen Todes. So. Da vorne jumpelt jetzt noch ein paar Jungs rum. Alles klar, die kriege ich... Die kann ich so umgehen, glaube ich. Ähm. Wo? Hä? Ich wurde gerade, glaube ich, verarscht vom Spiel. Da hieß es doch gerade auf der Karte, da wäre noch eine. So, die ist da hinten. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, das ist doch viel zu viel, also viel zu viel, sage ich ja. Hä? Hä? Da ist auf jeden Fall eine, die sehe ich von hier oben. Okay. Also ich glaube, es gibt so ein paar Orte, wo sie wahrscheinlich sind, diese Bekanntmachung. Und da ist irgendwo ein Dings. Na, halle mal nach. Der hängt ja drüben so rum. Och ne, da unten sind ja Wachen. Hm. Ja, nice, die drehen sich gerade um. Jago, warum landet der denn da immer auf den Flangen? Das ist doch voll dumm. Wenn ich jetzt schnell genug bin, sieht der Almer nach mich nicht und dann schnapp ich ihn mir. Yay. Zack. Genauso war das gerade geplant. So, jetzt gucke ich mal, dass ich da irgendwie in die City rein, in die City Mall sozusagen. Aua. Oh je. Was, die habe ich noch nicht gesehen? Was sind das für Lappen? Hm. So, gucke ich mal. Okay, die walken hier so durch. Der eine ist so ein bisschen hängen geblieben. Zack. Was? Mist. Mist. Ich will hier raus. Hallo? Ich will hier raus. Oh oh. Mhm. Zack. Oh je. Ja, ja, ich war mir schon klar. Wir hatten wieder inkognito, blablub, blablub, ne? Wie immer. Kennen wir ja schon alles. Zwei, dreimal gesehen. Jetzt halten wir uns mal ein bisschen von den Wachen fern. Kapitisch klug, wie wir sind. Laufen wir hier links. Hier rechts, da die Leiter hoch, wenn sie denn gewillt ist, uns zu lassen. Und, ne? Auf das andere Haus. Ach, kommt. Oh, man. Oh, man. Yo, man. Oh, 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 oh. Und das Blut? Habt ihr es gesehen? Im Schnee das Blut? Gibt es nicht oft. Und bam. Oh, 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 oh. So, und jetzt einfach mal eingetaucht bleiben. Ich weiß nicht, wie lange der das aushält. Oh, oh. Nicht lange. Aber ich kann doch nicht jedes Mal da einen Kilometer rausschwimmen, nur dass die mich dann nicht mehr verfolgen. Das ist ja auch nicht irgendwie richtig. Ach, ich hab ne Idee. Ganz einfache, stupide Idee, der Sinn des Spiels sozusagen. Einfach mal hier. Oh, wie war das gewesen? Haha, Idioten. Habt ihr euren Kollegen erschossen? Volllappen. Oh, der eine kann nicht schwimmen. Selber schuld. Was mit ihm? Stirb. Oh, hi, up, ey. Jetzt verschwindet. Ab ins Wasser mit dir. Bam. Uh, ha, hi. Ja, ich und mein Tomahawk. Die besten Freunde. Bam. Auch ab ins Wasser. Oh nein, der hat festgehalten. Oder? Ach nee, der hat sich grad mit deinem Fuß erhängt. Kommt auch des Öfteren mal vor. Ist eine unglaublich, äh, seltene. Eine unglaublich seltene. Tötungsart. Ey, wie geil ist das denn bitte? Entschuldige mal. Hängt der hier so rum? Ja. Krass. Das wäre der Hammer. So. Hammer gut gemacht. Also das werde ich jetzt immer so machen. Ich lege mich hier, wenn ich mich mit dem Typen anlege, renne ich nicht weg. Auch wenn es der vermeintlich leichtere Weg ist, aber ich kriege das nicht hin. Ich bin ja zu doof. Servus. Ah, es geht ab. Ah, Connor. Da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das, ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite. Oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Ton, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ja. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch.